Er richtet sentimentale Geburtstagsgrüße an Tochter Maya Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, Heiner Lauterbachs Tochter Maya feiert ihren 20. Geburtstag++ Liliana Nova überrascht mit einem neuen Foto von Tochter Gigi+++. Susan Sideropoulos veröffentlicht rare Aufnahme mit ihren Söhnen. Heiner Lauterbach, ab heute habe ich dann keinen weiblichen Teenie mehr in der Familie. So sieht Vater Freude aus. Heiner Lauterbach, 69, gratuliert seiner Tochter Maya Lauterbach mit einem rührenden Instagram-Beitrag zum 20. Geburtstag. Es zeigt die kleine Maya und ihren stolzen Papa Freude strahlend vor zwei großen Milchshakes. Ein Moment, der Heiner Lauterbach sicher rührselig werden lässt. Aus seiner jungen Tochter ist eine erwachsene Frau geworden, die ihren eigenen Weg geht. Neues Foto von Liliana Novas Tochter beweist, Gigi hatte einen Wachstumsschub. Sechs Wochen mussten sich Fans von Liliana Nova, 34, gedulden. Ende Mai zeigte das Model seine Tochter Gigi, fünf Monate, zuletzt auf Instagram. Nun gibt es ein neues Foto des Promisprösslings. Ein Bild, das staunen lässt. Lilianas Tochter ist ziemlich gewachsen und selbstverständlich der ganze Stolz ihrer Mutter. Gigi, mein Star, schreibt Liliana zu der Aufnahme. Ihre Tochter steht dabei auf eigenen Füßen. Zwar muss die Kleine noch gehalten werden, dennoch verkörpert das Bild deutlich, wie schnell der Nachwuchs wächst. Was noch auffällt, sind Gigi strahlend blaue Augen, die schon ganz aufmerksam die Welt erkunden. Lange dauert es sicher nicht mehr, bis Liliana Novas Tochter sich selbst an Gegenständen hochzieht und plötzlich wortwörtlich auf eigenen Beinen steht. Eine hübsche Familie, Susan Sideropoulos, Familien-Schnappschuss, sorgt für Euphorie unter ihren Fans. Susan Sideropoulos, 41, hält ihre Kinder aus der Öffentlichkeit. Umso mehr freut sich die Social-Media-Gemeinschaft der Ex-TZSZ-Darstellerin über ein neues Familienfoto auf Instagram. Zwar sind die beiden Söhne der Schauspielerin nicht komplett zu erkennen, dennoch liefert die Aufnahme einen Einblick in das Privatleben der 41-Jährigen. Das Familienfoto zeigt Susan Sideropoulos an der Seite ihres Mannes Jakob Stietzberg und den Söhnen Liam, 10, und Joel, 12. Wie die Hashtags des Beitrages verraten, befand sich das Quartett auf einer Bar mit zwar. Susan strahlt in einem gelben Spitzenkleid in die Kamera. Ihre Männer tragen Legersackos und T-Shirts, was direkt ins Auge fällt. Liam und Joel sind ganz schön groß geworden und reichen Mama und Papa mittlerweile bis zu den Schultern. Du siehst toll aus, eine tolle Familie, schreibt ein Fan zu der Aufnahme. Ein weiterer Kommentar lautet, schon so groß. Eine hübsche Familie, die hoffentlich hält. Die Promi-News der vergangenen Woche Haben Sie die Promi-News verpasst? Dann hier entlang zu den Promi-News der vergangenen Woche. Die Promi-News der Verzeich McCain-W acompa